Du kennst sicher den Mann, der einen Raum betritt und auf einmal schauen alle zu ihm und wenn er was sagt, hören alle zu und alle Gespräche, die bis zu diesem Zeitpunkt geführt wurden, werden pausiert und alle lauschen, was er gleich sagt. Dieser Mann wird respektiert. Wie wirst du denn der Mann den anderen respektieren? Diese Antwort geben wir dir in der heutigen Folge Nummer 68 vom Freundinnen finden Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und auch zu behalten, die du wirklich willst. Hier siehst du es für alle, die auf YouTube sind. Coaching für Männer mit Tiefe, für Männer mit Herz. Also wenn du wissen willst, wie du mehr Alpha-Tipps bekommst oder sowas, bist du ja am falschen Ort, denn die echten Alphas, die wissen, dass sie Männer mit Herz sein dürfen und dass Frauen vor allem auf diese Männer viel mehr und nachhaltiger stehen und sie damit viel mehr Erfolg haben können, weil diese Männer verdammt nochmal zu sich selber stehen. Und wir zeigen dir die Kunst, wie du zu dir selber stehen kannst, auch wenn das ein liebevoller, romantischer Mann ist und trotzdem Respekt bekommst. Weil wir sind alles Menschen, wir haben Schwächen, wir haben Stärken, wir dürfen zu uns selber einstehen, wir dürfen aber auch zu unseren Schwächen einstehen. Und die Menschen, die das nicht tun, die sind inauthentisch, das merken wir und die respektieren wir nicht. So einfach ist das. Wir werden vielleicht von Menschen, die nicht so viel Intelligenz haben, vielleicht mal kurz, wow, der ist ganz schön Alpha. Aber wir wissen ganz genau, dieser Typ, der wird nicht viele Frauen um sich herum schauen, die was auf dem Kasten haben, die ihrem Herzen folgen und die du haben möchtest als deine Partnerin. So, wir werden hier in dieser Folge dir nicht nur sagen, wie du der Mann wirst, den anderen respektieren und das auch, wenn du ein Mann mit Herz bist, sondern dir auch einige konkreten Beispiele geben, die in deinem Alltag wahrscheinlich, wo du jetzt schon Fehler machst und wie du diese Fehler behebst. Also, mein Lieber, in dieser Folge wirst du der Mann, den anderen respektieren und dabei wird mir natürlich wie immer unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik van Aave helfen, der auch wieder mit dabei ist. Hallo. Genau. Guten Tag. Wir haben heute einige Geschichten auch dabei, die genau das untermauern, wie du als Mann mit Herz, der Mann wirst, den andere Menschen respektieren und auch eine persönliche von dir, Andi, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, beziehungsweise, wir nehmen ja das Intro jetzt im Anschluss auf, ich bin sehr gespannt darauf gewesen. Ja, genau. Was ist das? Plusquamperfekt oder so? Ja, also, diese Folge ist für alle unter euch, die oftmals das Gefühl haben, nicht gehört zu werden in einer Gruppe, ist für alle unter euch, die zum Beispiel schon mal in der Situation waren, dass sie einen Witz erzählt haben und niemand gelacht hat und dann erzählt jemand anders den gleichen Witz und alle lachen sich kaputt. Das ist deine Folge dafür. Oh, das ist also meine Folge. Okay, Dominik. Shit. Dann bewegen wir uns jetzt nicht nur im Plusquamperfekt. Wir üben das dann noch. Ja, bitte. Hör da einfach mal rein, Andi, heute in der Folge. Okay, okay. Ich setze mich mal nach hinten und gehe in die Zeitmaschine. Okay, Jungs, viel Spaß dabei, viel Erfolg und ich wünsche dir ein viel, viel geileres Leben, das du ab jetzt haben darfst. Wie du der Mann wirst, den jeder respektiert. Das Erste ist, dass du das machst, was du anderen gesagt hast, was du tun wirst. Und dafür sagen schon die meisten. Denn viele machen sich ganz große Pläne und ziehen sie dann einfach nicht durch. Und das Schlimmste ist, wenn du dir diese Pläne im Kopf schmiedest und du dir selber sagst, ah, ich sollte doch eigentlich. Und es wäre doch toll, wenn. Und du siehst diese Frau, aber du kannst nicht auf sie zugehen und dann kommen die Blockaden wieder. Oder du kannst nicht deinem Chef sagen, nein, das gefällt mir nicht. Oder es gefällt dir nicht, dass du bei dieser einen Frau wieder in der Friendzone gelandet bist. Aber du tust nichts dagegen. Du merkst, es gefällt dir nicht. Du willst etwas dagegen tun, aber du tust es nicht. Und Stück für Stück für Stück verlierst du an Selbstvertrauen. Darum ist es so wichtig, dass du, wenn du dir ein Ziel setzt, egal wie, und da hörst du bitte einfach mal auf dein Bauchgefühl. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, das ist mein Ziel, das ist ein nobles Ziel, das will ich erreichen, dann ist das dein Ziel. Im Englischen sagt man a calling, deine Bestimmung. Manchmal kannst du dir dein Ziel gar nicht mal aussuchen. Manchmal kommt es einfach von irgendwo im Universum. Nenn es Gott, nenn es das Universum, nenn es die Energie, völlig egal. Aber von irgendwo her kommt etwas in dir, wo du spürst, das muss ich tun. Ja, wenn ich das nicht tue, dann kann ich mir nicht mehr in mein Spiegelbild schauen. Und dann ist das dein Ziel. Dann hast du da kein Mitspracherecht mehr. Das ist das Ziel, was du erreichen. Das ist die Überwindung, die es dich kostet, um stolz zu sein auf dich. Das ist der Kampf, der sich lohnt. Das ist all die Fantasie, die du dir jemals gemacht hast, wo du dir gedacht hast, ich wünschte, ich hätte in dieser Einkonfrontation mit diesem Menschen das Richtige gesagt. Mir fallen immer im Nachhinein dann immer die Dinge ein, die ich sagen kann, um dann dem anderen eins reinzuwirken und so weiter. Oder dass du dich endlich... Die klassische Schlagfertigkeit. Die Schlagfertigkeit, die so viele sich wünschen, aber dann eben erst im Nachhinein dann sich vorstellen, was wäre so toll gewesen, wenn ich das gesagt hätte. Das Einzige, was du tun musst, ist, dass diese ganzen Fantasien, die du hast, nicht mehr ein Teil von einer alternativen Identität sind, die du niemals erreichen wirst, sondern dass du dir sagst, genau diese Identität, dass ich das kann, dass ich zu mir selber stehen kann, zu meinen Bedürftesten stehen kann, dass ich Grenzen aufzeigen kann, dass ich sagen kann, wenn mir jemand gefällt, dass ich das Ganze sexualisieren kann. Das ist meine neue Identität, das ist meine Bestimmung, zu dem Mann will ich werden. Denn wenn du der Mann nicht bist, wer soll dann die anderen Menschen dazu inspirieren, so zu sein, wie sie sich wirklich immer gefühlt haben, wie sie sein wollten? Es wird ein Kreislauf sein aus immer mehr Menschen, die sich nicht trauen, zu sich selber zu stehen. Immer mehr, immer mehr. Es braucht jemanden, der das verändert, der ein gutes Vorbild ist für andere. Und wenn du denkst, naja, ich müsste, ich sollte, ich habe keinen Bock mehr, dann bist du dieser Mann. Dann wurdest du dazu auserkoren. Du bist dieser Mann. Ja, und das ist dein kleiner Kampf. Das sind all diese Situationen, die du dir immer vorgestellt hast, wie du sie gut regeln möchtest. Jetzt, jetzt ist die Chance. Jetzt ist die Chance, dass du dich vorbereitest, dass du dir einen Plan schmiedest, dass du dich orientierst an anderen, die das schon geschafft haben. Und dass du dir selber anfängst zu sagen, ich kann das jetzt. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber wie Dominik immer sagt, wie essen wir einen Elefanten? Bissen für Bissen. Und das ist deine Bestimmung, mein Lieber, ob es dir gefällt oder nicht. Du hast das Potenzial, du hast schon längst das Potenzial dazu, über dich hinaus zu wachsen. Und ich glaube, den meisten fehlt einfach jemand, der ihnen einmal den Kopf wäscht, einmal kleine Klatsche links und rechts gibt und sagt, wach auf, du bist zu Größerem geboren worden. Die ganzen Versprechen, die du dir selber immer gegeben hast, die gilt es jetzt zu halten. Können wir noch mehr Beispiele finden? Dominik, du hast vorhin dieses Thema ja angesprochen, weil du selber gemerkt hast in einem der Calls, dass es da einen Mangel gab. Ja, absolut. Also wir kennen das Thema ja auch generell von so Neujahresvorsätzen zum Beispiel oder von Vorsätzen, die wir uns machen und dann zum Beispiel sehr schnell anderen davon erzählen. So zum Beispiel, ja, ich habe mich jetzt beim Kickboxen angemeldet und dann erzählen wir das ganz vielen Leuten, um dann schon mal die Bestätigung zu bekommen von anderen. Aber dann gehen wir da halt auch nicht mehr wieder hin, weil wir schon die Bestätigung bekommen haben im Vorfeld. Das ist so eine Bestätigung auf Kredit, die wir dann bekommen. Und wir haben sie dann, wir fühlen uns dann schon gut und brauchen dann nicht mehr hingehen. Und dann setzen wir entsprechend auch unsere Sachen, Ziele, Vorhaben nicht mehr um, weil wir schon das bekommen haben im Vorfeld, dass wir wollen uns gut fühlen. Wir wollen uns gut fühlen, damit wir haben ein Idealbild vielleicht von uns im Kopf. Wenn wir dann zum Beispiel sagen, ich stelle mir vor, wie ich besser mit Frauen werde. Ich stelle mir vor, ich will unbedingt der Mann für Frauen sein, der Frauen ganz natürlich, automatisch und spielend leicht in sein Leben zieht. Und das fühlt sich so gut an, das klingt so gut. Und dann meldest du dich an für zum Beispiel ein Coaching und dann kommst du zum Beispiel nicht in die Calls. So, das gibt es. Wir haben Männer dabei, die zahlen einen Haufen Geld und kommen dann nicht in die Calls, machen das Coaching nicht. Da gibt es immer mal wieder, das ist eine kleine Prozentzahl, aber da gibt es immer mal wieder Männer, die machen dann nichts. Und das regt mich so auf, ich finde das furchtbar. Wie kann man so wenig von sich halten? Geil, dass du dich dazu überwunden hast, von mir aus die Frau anzusprechen, von mir aus in dein Coaching zu gehen, von mir aus irgendwie dich beim Kickboxen anzumelden. Aber dann das nicht zu machen, dann nicht dahin zu gehen und das durchzuziehen, um tatsächlich dann der Mann zu sein, den du dir vorstellst. Der Mann, der zum Beispiel Frauen ansprechen kann, der Mann, der zum Beispiel regelmäßig zum Kickboxtraining gegangen ist und entsprechend einen von mir aus stärkeren, stähleren, gestählteren Körper hat. Und dann entsprechend die Komplimente von deiner Umgebung bekommst, dass du der Mann bist, der die Sachen durchzieht. Nee, du lehnst dich dann zurück, weil du dann schon allen Leuten erzählt hast, dass du das machst und das ist Bestätigung genug für dich. Wie sehr willst du in einer Scheinwelt leben, um dich in 10, 20, 30, 70 Jahren daran zurückerinnern und dann zu sagen, ach hätte ich mal, hätte ich das mal gemacht. Wäre ich mal nicht so eitel gewesen, wäre ich mal nicht so stolz gewesen oder so feige gewesen, um das tatsächlich durchzuziehen. Vielleicht merkst du es gerade schon daraus, es wird eine kleine Arschtritt-Folge hier oder zumindest hoffe ich, dass es eine kleine Arschtritt-Folge wird. Denn wir reden oft hier von Dingen, wo wir sehr viel Verständnis zeigen, wo wir, oder ich vor allem, wenn du die letzte Folge anhörst, da habe ich viel über die fünf Lügen gesprochen, die dein Selbstbewusstsein gestartet haben. Und habe dich sehr viel in Schutz genommen, habe sehr viel die Umgebung in Schutz genommen dafür. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wenn es dir auffällt, dann ist es deine Verantwortung. Du hast keine Schuld daran, dass du dieses Leben lebst, was du lebst, aber sobald es dir auffällt, dass du damit nicht zufrieden bist, hast du 100%ige Verantwortung, das zu ändern. Und wenn du das nicht tust, dann bemitleide ich dich. Für eine Weile. Und ich hoffe. Weil das ist dann dein eigenes Verschulden und so viel Mitleid hast du dann auch nicht verdient. Weil das ist ja gerade das, was dich zurückhält, ist dieses ständige Bemitleiden. Du bemitleidest dich selber, du möchtest, dass andere dich bemitleiden. Ich kenne es ja, ich weiß, na klar, das ist doch ein menschliches Bedürfnis, dass wenn es dir dreckig geht, dass du nicht alleine sein willst in dem Leid. Absolut. Logisch. Und dann wollen wir das andere mit Leid haben, das andere mit uns leiden, damit wir wenigstens nicht alleine sind. Aber ist das wirklich unser langfristiges Ziel? Für eine kurze Zeit können wir alle mal jemanden haben, der uns in den Arm nimmt und sagt, alles wird wieder gut. Absolut. Das ist wichtig, dass du diese Freunde hast oder eine Partnerin hast, die das kann. Eltern, wenn du ein Kind hast. Und auch die Fähigkeit. Auch die Fähigkeit hast, zu sagen, ich brauche hier Hilfe. Oh ja. Nicht den falschen Stolz hast und meinst, ich bin ja ein Mann, ich muss ja hart sein. Genau. Und dann natürlich auch, wenn du diese Fähigkeit hast, um Hilfe zu fragen, dann erkennst du auch besser, wann jemand anders Hilfe braucht. Und dann kannst du diesen Menschen umarm, in den Arm nehmen, für ihn da sein. Ich habe davon ja vor, keine Ahnung, zehn Folgen oder sowas berichtet, wie ich im Restaurant eine Frau gesehen habe, die da hinten gesessen hat und geweint hat. Und dann bin ich auch zu ihr hingegangen und habe sie in den Arm genommen und gesagt, hey, ist alles okay? Und diese Aufmerksamkeit für, wir sind ja alle nicht unfähig zu sehen, wenn jemand leidet. Aber die meisten von uns sind unfähig zu erkennen, wie groß unser Potenzial ist, für diesen Menschen eigentlich da zu sein. Weil in dem Moment dann etwas zu machen, das ist nochmal eine ganz andere Liga, als zu erkennen, dass es jemandem schlecht geht. Einfach nur einen guten Freund auch in den Arm zu nehmen, fällt dir vielleicht auch schon schwer. Vielleicht nicht, vielleicht fällt dir das leichter. Aber diese Fähigkeit zu haben, dass du danach fragst, wenn es dir schlecht geht, die ist nochmal einen Riesenschritt intensiver, weil dann musst du deine eigenen Schwächen akzeptieren und akzeptieren, dass es okay ist, Schwächen zu haben. Und da haben wir meistens Schwierigkeiten mit, weil wir selber sagen, ich darf keine Schwächen haben. Ich hätte richtig geboren werden sollen. Mit mir stimmt was nicht. Und weil ich nicht richtig geboren wurde, liegt es an mir, ich muss diese Suppe ausbaden. Ich bin halt nun mal so nett, ich bin halt kein Arsch, ich bin kein Macho, ich bin kein Casanova. Ich will Frauen jetzt nicht ins Bett manipulieren, rumtricksen. Alles verständlich. Aber das heißt nicht, dass du nicht um Hilfe fragen kannst und dass du nicht wachsen darfst. Und Aspekte von verschiedenen Persönlichkeiten, die, wenn du ehrlich bist, du auch gerne hättest. Diese Standfestigkeit, dass du zu dir stehen kannst, dass du zu deinen Bedürfnissen stehen kannst. Dass andere dich respektieren, ohne dass du dafür ein Arsch aus sein musst und andere hin und her kommandieren musst. Nee, das ist nicht, was nötig ist. Aber der erste Moment, in dem du da raus wachen musst, ist, wenn du denkst, mir geht es so kacke. Weil dann ist es zu viel. Zu viel Wollen des Mitleids. Du willst zu viel Mitleid, wenn du denkst, mir geht es so schlecht. Nein, mein Lieber. Dir ging es gerade schlecht und es ist okay. Es ist okay, dass es dir schlecht geht. Es ist sogar gut, weil das sollte dir einen Arschtritt geben. Dazu brauchst du nicht diese Folgen. Jedes Mal, wenn du Schmerz hast, sollte das Arschtritt genug sein für dich, dass du sagst, ich muss was ändern. Ich muss an diesem Schmerz wachsen. Und das ist das Geile an Schmerz. Du kannst Schmerz so identifizieren als etwas, das dir schadet. Oder du kannst es identifizieren als, jetzt gerade werde ich stärker. In diesem Moment werde ich resilienter. Ich kann besser durchhalten. Ich kann nächstes Mal jemandem helfen, der in derselben Situation ist, weil ich schon mal da war und ich habe es überlebt, ich habe es überstanden. Allein das gibt dir Weisheit, gibt dir Stärke, gibt dir Rückgrat, das gibt dir Selbstbewusstsein. Du kannst mehr zum Geber werden, welcher sowieso attraktiv ist, wenn er emotional unabhängig ist. Auch das ist die Fähigkeit, die du lernen kannst. Aber das Mitleid, das Mitleid muss dann aufhören. Das ist ja auch kein Respekt. Ja, richtig. Es hat mir sehr gefallen, was du vor Jahren mal gesagt hast, Dominik, mit dem Deckel. Weil das war ein Konzept, das ich so noch nicht gehört hatte und was das Ganze in gutes Licht gerückt hat. Nämlich, wie viel Jammern ist okay? Ist Jammern die ganze Zeit okay? Gibt es da eine Skala von, okay, von hier bis da, Jammern ist in Ordnung, aber ab da sollte ich aufhören. Es ist ja grundsätzlich gesund, da haben wir ja gerade damit begonnen. Es ist ja grundsätzlich gesund, dass du deine eigenen Gefühle anerkennst und die nicht versuchst, direkt wegzuschieben und zu sagen, nein, 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 ich darf das nicht fühlen. Ja, aber es ist sehr ungesund, wenn du nach einer Weile immer noch diesen Gefühlen mehr Macht über dich gibst, als deine eigenen Fähigkeit zu entscheiden. Denn dann fängst du an, ein Opfer zu sein und du wirst nicht mehr respektiert. Wir respektieren nur die Menschen, die ihre eigene Entscheidungskraft so viel höher gestellt haben, als die Umstände um sie herum, das Leiden, das sie selber verspüren und so weiter. Sie dürfen nach wie vor diese Emotionen spüren, aber ihre Entscheidungskraft, die hat einen höheren Stellenwert und sie, und nach einer Weile sagen sie einfach, so, genug gejammert, ich ändere jetzt was dran. Diese Entscheidung musst du treffen und deswegen ist Mitleid schon nach einer kurzen Weile einfach nur noch schädlich für dich und für dein zukünftiges Selbstbewusstsein, für den Respekt, den du von anderen bekommst. Weil aus Mitleid wird am Anfang Mitgefühl und später, irgendwann, wenn du dieses Mitleid als Mittel zum Zweck nimmst, um Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist so schlimm, wenn Menschen das machen, weil sie merken, auch das ist natürlich, du merkst, ich bekomme Mitleid, toll, jetzt bin ich nicht mehr einsam, ich will nicht einsam sein, es ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ist eine Form von Liebe. Ja, und dann wünschst du dir natürlich noch mehr und dann bekommst du sie mehr und du sagst, ja und auch, das war auch so schlimm. Und siehe da, schwuppdiwupps bist du in der Friendzone bei dieser einen Frau, mit der du dir mehr gewünscht hättest, aber sie sieht dich eigentlich nur noch als jämmerlichen kleinen Jungen und sie nimmt dich halt in den Arm und, aber sie wird niemals sexuelle Gefühle dir gegenüber hegen, weil sie denkt, also nee, dieser, der Kerl ist kein Mann, der hat keine Entscheidungsgewalt über sich selber. Ja, und das wird dann irgendwann zu einem Habitus, zu einer Gewohnheit, dass du, das, das wird automatisiert. Du denkst dann automatisch, ohne darüber nachzudenken, ich würde gerne einem Menschen nahe sein, wie komme ich anderen nahe durch Mitleid? Also jammer ich. Und dann kannst du, das ist dann, das ist ein Automatismus, das ist eine Gewohnheit, deswegen sprechen wir so oft von Gewohnheiten, dass es wichtig ist, deine Gewohnheiten zu ändern, denn die Gewohnheiten machen den Mann und ihm nichts anderes. Ja, und diese Gewohnheiten gilt es abzustellen und durch bessere zu ersetzen. Das Ding ist halt auch, du wirst durch dieses Jammern ein, ich nenne ihn gerne den Ja-Aber-Mann. Und wenn dieser, da gibt es ein paar Pappenheimer, die dann auch bei uns im Coaching sind, die das dann sehr schnell verlernen, dieser Ja-Aber-Mann zu sein. Aber diese Männer siehst du sehr häufig. Sie wissen, also ihr alle seid klug genug. Du als Zuhörer, du bist klug genug. Du kannst dein eigenes Problem lösen. Du brauchst uns nicht. Wenn du ein Coaching möchtest, dann möchtest du das. Dann willst du schneller von A nach B kommen. Dann möchtest du nicht hier und da suchen. Ihr alle seid klug genug, eure eigenen Probleme zu lösen. Die Frage ist nur, möchtest du das? Weil das Ding ist, wenn wir uns sehr lange daran gewöhnt haben, zum Beispiel nach Mitleid zu geiern, indem wir jammern, weil wir gemerkt haben, dass damit bekommen wir Aufmerksamkeit, sprich Liebe. Das heißt, es ist erstmal eine Leere in uns, ein Loch in uns, das gestopft werden möchte mit Aufmerksamkeit und Liebe, weil wir das vielleicht von unseren Eltern nicht bekommen. Keine Ahnung. Und dann lernen wir das, also was heißt, keine Ahnung, sehr wahrscheinlich ist das der Fall. Und dann lernen wir das, dass wir durch Jammern diese Aufmerksamkeit bekommen, durch Freunde, durch Familie und dann entsprechend auch durch die Frauen, die wir in irgendeiner Form attraktiv finden und die wir gerne irgendwie als Mutterersatz hätten. Ich sage ganz bewusst Mutterersatz und nicht Freundin, weil das ist hauptsächlich genau das, was wir dann tun, indem wir bei diesen Frauen jammern, die Frau, die uns dann einfach die Liebe schenkt, also Liebe per se und die Geborgenheit schenkt. Und dann werden wir immer mehr zu diesem Mann, zu diesem Menschen, der jammert und dann wird das unsere Identität. Und weil wir aber auch wissen, dass wir unsere eigenen Probleme lösen können, also weil wir die Fähigkeit dazu haben und dann zum Beispiel darüber jammern und jemand gibt uns einen Vorschlag, jemand sagt uns dann so, pass auf, mach doch mal dies und das. Dann ist sehr oft so, okay, ja, ich weiß das, aber ich schiebe das weg, das ist dann im Kopf des Jammerers, ich schiebe das weg und werde dann zu einem Ja-Aber-Mann. Und dieser Ja-Aber-Mann sagt dann entsprechend, das ist das Schlachtwort Ja-Aber. Ja, das ist eine gute Idee, das könnte ich so machen, aber es ist gerade so schwer, ich habe gerade so viel zu tun auf der Arbeit. Oder ich habe gerade dies und das oder es ist gerade nicht die richtige Zeit, um mich um das Thema Frauen zu kümmern, ist gerade nicht richtig, passt gerade nicht. Hör mal, ernsthaft? So ein Bullshit. Wenn du einen Blinddarmdurchbruch hättest und es passt gerade nicht, weil du gerade dieses Projekt auf der Arbeit hast, sagst du dann auch, nee, passt gerade nicht, ins Krankenhaus zu gehen, ist gerade, nee, nee, ich muss erst noch, ich muss erst noch das Haus erledigen und muss noch ein zweites Motorrad kaufen und es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Die Hütte brennt, du wirst nicht jünger, es ist schon 2023, wie lange willst du noch warten, um dein Problem zu lösen? Das kann doch nicht, kann doch nicht in Ernst sein. Kann doch nicht in Ernst sein, dass du so viele, so viele Ausreden vorschiebst, weil du zu viel Angst hast, deine Identität loszulassen, dass du der Typ bist, der Aufmerksamkeit durch Jammern bekommt. Diese Aufmerksamkeit ist nichts wert. Keine Frau will mit dir Zweisamkeit verbringen. Keine Frau will mit dir Sex haben, weil du so schön jammerst, weil du so schön Mitleid generierst. Dieses bisschen an Aufmerksamkeit, was du bekommst, ist keine Liebe. Das ist Mitleid. Wir haben Mitleid für Menschen, die verhungern, die im Sterben liegen, denen etwas Schlimmes passiert ist. Da haben wir Mitleid. Das ist nichts, was du möchtest. Und das ist das alte Prinzip. Wir tauschen die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung gegen langfristiges Glück. Du weißt, dass die Tiefkühlpizza im Ofen nicht gesund ist. Sie schmeckt gerade gut, aber je mehr du davon isst, desto weiter kannst du dich von deinem flachen Bauch verabschieden. Desto mehr kannst du begrüßen, dass deine Arterien immer mehr verfetten. Und desto mehr kannst du begrüßen, dass noch mehr in deinem Körper zerfällt. Du weißt das. Das ist nichts Neues. Und die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung von Mitleid wird dir, wird noch mehr das verstärken. Wenn wir nicht auf den Grund gehen von dem, was wir eigentlich haben wollen. Du nutzt das Betteln nach Aufmerksamkeit dafür, dass du dich nicht alleine fühlen musst. Dass du dich nicht verloren in dieser Gesellschaft vielleicht fühlen musst. Und hast diese kurze Bedürfnisbefriedigung dafür, dass du Aufmerksamkeit in irgendeiner Form bekommst, zu dem du sagst, ja, aber es ist gerade nicht so, ich habe gerade so viel Stress auf der Arbeit und es ist gerade alles so, oh. Und die hat dann auch mir das Herz gebrochen, weil wir haben so lange Zeit miteinander verbracht, wochenlang. Und dann hat sie gesagt so, nee, ich sehe dich nur als guten Freund und ich verstehe Frauen nicht. Du weißt ganz genau, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast. Du bist klug genug. Du weißt ganz genau, während du das tust, während du nicht zeigst, wer du wirklich bist, während du nicht zu dir selber stehst. Das spürst du. Du weißt ganz genau, dass das die falsche Entscheidung ist. Aber aus Angst handelst du nicht, so wie du handeln würdest, handeln wollen würdest. Und je mehr, je öfter du dich dafür entscheidest, aus der Angst zu handeln, desto größer wirst du dich und desto stärker und desto später unumkehrlicher wirst du dich einsam fühlen. Wir haben Männer gehabt, die in unser Coaching kommen wollten, die schon mittlerweile einen so großen Frauenhass entwickelt haben. Und Frauen können da nichts für, dass du so ängstlich bist. Die haben so einen großen Frauenhass entwickelt, dass da hilft nur lange, lange Therapie, wenn du das ändern möchtest. Die kommen nicht mehr ins Coaching. Lassen wir nicht rein. Nee, nee. Die wollen dann noch mehr. Wir haben damals vor zehn, über zehn Jahren, als wir noch in unserem Beginnen, in unseren Anfängen waren, haben wir diese Fehler gemacht und haben dann sehr viel Aufmerksamkeit diesen Männern geschenkt. Ja. Und haben sehr viel entsprechend dagegen argumentiert und gesagt, sie haben dann gesagt, ja, Frauen sind so und so. Und wir haben dann gesagt, nee, Frauen sind doch so und so, schau mal, hier sind doch Beweise dafür. Aber du bist dann nicht, ja, aber Männer sind nicht empfänglich für Argumente und für ein schöneres Leben. Sie wollen einfach nur jammern. Und das gibt ihnen Energie, das gibt ihnen Aufmerksamkeit. Und diese Männer sind nicht die Männer, die wir respektieren. Also nicht Andi und ich respektieren, das sind Männer, die Menschen nicht respektieren. Die strahlen keine Härte aus, kein Durchsetzungsvermögen, kein Fahrplan, kein Ziel. Das ist wie das Fähnchen im Wind statt der Fels in der Brandung. Ja. Es ist, es ist, äh, es ist traurig. Aber was nicht traurig ist, jetzt will ich mal gerade eine, eine echt, ähm, ungeschickte Überleitung machen. Ich habe versucht, irgendwie eine bessere Überleitung zu machen. Aber was nicht so traurig ist, sondern was sehr, sehr schön ist, so und darüber möchte ich gerade mit dir sprechen, Andi. Andi, du hast nämlich was, was ganz Tolles gemacht an diesem Wochenende. Ähm, schon davor, ja. Am Donnerstag war das, letzten Donnerstag. Genau, genau. Und schon die Woche davor. Also du hast es ja in der letzten Folge kurz, kurz angekündigt. Aber nochmal hier ganz offiziell herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Dankeschön. Dankeschön. Das ist ultra krass, ultra cool. Und vor allem, warum das gerade auch in das Thema passt, weil du jemand bist, der das umgesetzt hat. Du hattest sicherlich sehr viel, sehr viel schlotterige Knie an irgendeinem Punkt. Hundert Prozent, ja. Jackie hat, wie gesagt, er hat gesagt, brauchst du noch einen Drink? Er hatte keine Ahnung, wieso ich so nervös war. Aber ich wurde auf einmal total nervös. Echt krass, ich habe mich selten, wirklich selten so stark nicht mehr gefühlt, als wäre ich imstande zu handeln. Also ich wusste, was ich mache, aber es war irgendwie, oh, was mache ich hier? Aber ich wusste einfach von Anfang an, das ist halt einfach das Ding, das ist die Art von Entdeckerblick, den ich gerne bei euch sehen möchte. Dass, wenn du Frauen entdeckst, Frauen kennenlernst, dass du direkt vom Anfang an dir bewusst bist, welche Rolle sie in deinem Leben übernehmen sollte. Wird das jetzt nur eine heiße Affäre oder wird das die neue beste Freundin, die du auserkorst als beste Freundin, weil sie witzig ist, aber du hast da nicht weiter irgendein sexuelles Interesse an ihr oder ist das potenziell die Frau deines Lebens? Und bei meiner Verlobten war das von Anfang an klar, dass sie in die letzte Kategorie fällt. Potenzielle, potenzielle. Das war nicht klar, dass ich sie heiraten möchte, aber potenzielle Frau meines Lebens. Hundert Prozent von Anfang an. Und dann habe ich das beobachtet. Seit über neun Jahren. Und in den letzten, aber ich meine, ich war mir schon in den letzten, seit drei Jahren bin ich mir eigentlich sicher. Ja, seit drei, seit zweieinhalb Jahren so ungefähr. Und ich meine, sie hat ja auch alle meine Passwörter und alles, was irgendwie von Wert ist. Ich halte euch einen Netflix-Account, oder? Wir teilen uns auch schon einen Netflix-Account. Und wir nutzen auch denselben Teller, wenn wir ihn abgespült haben. Ja, solche Sachen. Wir haben dieselbe Fernbedienung, die wir dann anfassen, ohne uns die Hände zu desinfizieren. Das ist schon krass. Das ist schon eine richtig krasse Bindung. Wow. Das ist schon crazy. Ja, also okay, ich kann einmal Folgendes erzählen, weil das echt geil war. Weil das hat die Männer, die bei uns im Coaching sind, die kennen Makako sowieso. Die Männer, die bei uns im Coaching waren, es sind ja auch viele, die den Podcast hören, die kennen Makako ebenfalls. Aber für die Leute, die erst seit einem halben, dreiviertel Jahr dazu gestoßen sind, die kennen Makako, also die seit einem halben, dreiviertel Jahr den Podcast oder YouTube entdeckt haben. YouTube. Diese Plattform, die jetzt ganz neu ist, die uns auf YouTube entdeckt haben erst vor kurzem oder Instagram oder TikTok. Die kennen Makako noch nicht. Und Makako ist bei uns ein Teilnehmer gewesen vor zwei, drei Jahren. Sein Gesicht ist auch hier. Zweites, zweites von unten, ganz links. Und er hat mir gesagt, weil ich habe ihn gefragt, hey, könntest du am Donnerstag den Vertiefungskauf für mich übernehmen? Und dann hat er gesagt, ja klar, mache ich. Aber weil er wusste, dass ich schon den Ring habe. Ich habe ihm es ja schon erzählt, dass ich hier den Antrag machen möchte. Dann hat er gesagt, hast du es schon gemacht? Und ich so, nee, noch nicht, ich warte auf den richtigen Moment. Und dann hat er gesagt, mein Coach Andy hat mir mal gesagt, es gibt keinen richtigen Moment. Du erschaffst ihn. Und ich habe es gelesen, ich so, oh, da hat er mich erwischt. Oh, ja, da hat er recht. Okay, okay. Denn am selben Tag, also am Mittag, wir haben am Nachmittag geschrieben, aber ich habe am selben Tag, am Mittag, war ich mit meiner Freundin, meiner Verlobten auf einer Burg. Ganz, 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 ganz weit oben, wunderschöner Ausblick, 360 Grad. Und ich habe mir da oben dann gedacht so, weil ich hatte den Ring im Rucksack im Auto und das Auto war unten geparkt. Und ich habe mir so in den Arsch gebissen, als ich da oben war. Ich so, boah, das ist eigentlich der perfekte Moment. Da war so ein russisches Pärchen. Ich hätte einfach dem einen, hätte einfach hingehen können, sagen, einen Ring zeigen und dann sagen, can you film, film please, Handy geben und dann einfach, genau, dann zu meiner Freundin hingehen und das machen. Und dann hätte er das sogar aufgenommen. Aber ich hatte den dann nicht dabei und ich habe mir so in den Arsch gebissen. Ich habe überlegt, okay, wie kommen wir hier nochmal her oder was machen wir? Und dann sind wir runtergelaufen und ich habe sie gefragt, so von den anderen Zielen, die wir noch im Urlaub hatten, was ist denn so das, was du am liebsten sehen willst, worauf du dich am meisten freust? War das ganz oben auf der Liste oder irgendwas anderes? Ich habe sogar, also das ist wirklich, also wir wären da nicht nochmal zur Burg hingegangen, weil das war schön, dort einmal zu sein, aber nochmal am nächsten Tag, wozu? Es gibt andere Sachen, die wir sehen wollten, aber ich habe dennoch gesagt, ich würde hier sogar noch ein zweites Mal hinkommen, in der Hoffnung, in der glitzekleine Hoffnung, dass sie vielleicht sagt, ja, ich auch, lass morgen machen. Aber das war natürlich Quatsch. Aber hey, genau hier zählt es. Jungs, Hauptsache probieren. Hauptsache probieren. Ich erinnere mich auch an den Kevin, der jetzt gerade im Coaching genauso dieses Motto, dieses Mantra, Hauptsache probieren, an oberste Stelle gesetzt hat. Und der hat, ich habe gerade hier den Post vor mir, intensiver Sex-Talk mit Caro und Dahlia gleichzeitig, Caro zu mir zum Kochen eingeladen und Sextreffen mit Dahlia ausgemacht. Uh, Hashtag Seduction Mastery. Ja, da erzählt er, wie er mit zwei Mädels angefangen hat zu flirten, kennengelernt, straßenfest gewesen, stadtfest gewesen und dann ist er hingegangen, hat mit ihnen gequatscht, geflirtet und dann hat er gesagt, ich finde dich attraktiv. Und dann haben sie gesagt, oh ja, du bist auch attraktiv und wir haben weiter geflirtet und es war dann glasklar, dass die beiden, also dass er und die eine Frau, glasklar, dass die beiden auf einer Augenhöhe, auf einer Wellenlänge sind, dass sie was voneinander wollen. Und, äh, und hat dann mit ihr über Sex geredet und hat gesagt, ich, klar, ich würde gerne mit dir schlafen. Und, äh, das fand sie, sie war so buff, hat gesagt, also, krass, dass du damit so direkt bist, ähm, wow. Und dann hat sie ihn ausgefragt über Sex, oh, was, deine, wo hast du schon über Sex gehabt, Lieblingsstellung, verrückter Ort und so weiter und so fort und er war dann wie ein offenes Buch. Und, äh, und dann haben sie miteinander geknutscht und jetzt haben sie sich verabredet, äh, für ein, für ein heißes, heißes Date. Ähm, sehr spannend, freue ich mich über, was noch passiert. Die Jungs, die, die gehen auch gerade ab und alle loben ihn. Es ist, äh, sau, sau, sau die coole Entwicklung, weil dieser Mann, der war vor einem Jahr noch, äh, an einem Punkt, wo er halt aufgrund seiner extrem krassen, konservativen, christlichen Erziehung sich nicht zu träumen gewagt hat, mit Frauen über Sex zu reden. Erst recht nicht, wenn er sie gerade erst kennengelernt hat. Unmöglich, ne? Er hat es ja nicht mal geschafft, wenn er mit einer Frau auf einem Date war, irgendwie ihre Hand zu halten oder irgendwas. Äh, und dementsprechend war er dann ewig in der Friendzone. Und jetzt reißt er solche Sachen, weil er, weil er erkannt hat, ich muss Chancen nutzen und ich darf auch Chancen nutzen. Und das war natürlich ein Prozess. Er kennt unseren Leitfaden, er nutzt den Leitfaden sehr gut. Und, äh, ja, und genau diesen Leitfaden, an den hat mich Makako erinnert, Chancen nutzen. Und deswegen war gerade in dem Moment, wo ich gesagt habe, wollen wir nochmal zu der Burg kommen? Das war die, das war einfach ein Fünkchen Hoffnung, was ich gesehen habe und ich habe es einfach genutzt und habe gesagt, vielleicht wollen wir nochmal hierher kommen. Aber es war natürlich Quatsch. Er hat gesagt, nein. Und, äh, und dann dachte ich mir so, okay, Mist. So, dann waren wir zu Hause. Schnitt, Trennung. Ich schreibe mit Makako und Makako hat mich gefragt, ja, hast du es schon gemacht? Und ich so, nee, ich warte auf den richtigen Moment. So, dann hat er mir diesen Spruch an den Kopf geknallt, äh, zu Recht und, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt werde ich den Ring nicht mehr im Rucksack lassen. Ich werde ihn in meiner Hosentasche lassen, ja, äh, damit ich ihn wirklich jederzeit rausholen kann. Und, ähm, ja, und dann am Tag, an dem, äh, an dem er mir gesagt hat, du machst den Antrag, ich mache den Korf für dich, hab, äh, hab ich dann mit ihr auf dem Balkon gesessen und sie stand auf einmal auf. Und, äh, und rechts war der Strand und über die Berge hinweg und, äh, und dann stand sie auf einmal da im Bikini, so heiß und gut aussehend und, ah, und ich war hin und weg. Und da stand sie und hat sich umgedreht und hat gesagt, jetzt fühle ich mich im Urlaub angekommen. Und sie hat so toll gelächelt und, ähm, das war der Moment, wo ich, wo ich ultra nervös wurde. Und weil ich wusste, jetzt mache ich es. Weil ich wusste, jetzt, jetzt holst du den Ring. Ähm, und dann bin ich reingegangen und hab den Ring geholt und auch mein Handy und bin dann rausgegangen und hab so getan, als ob ich mein Handy holen wollte, weil ich es an die, an die, äh, Bluetooth-Box anschließen wollte. Hab gesagt, vielleicht können wir ja meine Musik gleich hören. Auch das wieder nur eine Ausrede, ähm, weil das war ja nicht der Grund, warum ich reingegangen bin. Und dann auf einmal, ja, hatte ich keine Ahnung mehr, was ich sagen soll. Ich saß da und sie hat, sie hat das gemerkt und hat, hat gesagt, ist alles okay, brauchst du einen Drink. Und, ja, und dann bin ich aufgestanden und hab gesagt, hey, siehst du diese goldene Kuppel da hinten? Ich hab irgendeine Ausrede gesucht, damit sie nochmal aufsteht, weil sie hat sich ja wieder hingesetzt, nochmal aufsteht und wieder auf dem Balkon dort steht, weil das so toll war. Ich kann mich ja nicht, wenn sie sitzt, neben ihr hinknien. Ich muss ja unter ihr sein. Ich will ja auch unter ihr sein, wenn ich ihr einen Antrag mache. Aber sie hat mich schon mal gefragt, ob, äh, ob es okay wäre, wenn sie mir einen Antrag macht. Ich hab gesagt, nein, das ist mein Job. Vergiss es. Und sie so, was, was würdest du machen, wenn ich die einen mache? Ich würde nein sagen, radikal, das musst du wissen. Mach das nicht. Und deswegen hat sie es auch nie gemacht und hat brav neun Jahre gewartet. Ähm, so, und dann stand sie da und hat gesagt, hey, da ist doch gar keine goldene Kuppel. Was, was soll da sein? Und sie ist, doch, doch, schau mal, vielleicht, wenn du weiter nach rechts guckst, da hinten. Sie hat geguckt, sie hat geguckt. Und dann bin ich aufgestanden und vor die Knie und, ähm, ja, und hab ihr gesagt, ich, äh, ich hab noch nie eine Frau mehr geliebt als dich und, äh, möchtest du mich heiraten? Und dann, ja, dann hat sie ja gesagt und es war wunderschön. Wunder, wunderschön, ja. Auch die nächsten Stunden, Tage danach, äh, Hammer. Also, wir haben uns beide gefühlt wie in so einer Trance. Wie als wären wir High. Dauerhigh. Als würden wir irgendwo schweben. Das war ganz komisch. Ähm, wirklich wunderschön. Ja. Und das war's. Jetzt sind wir verlobt. Hammer. Hammer. Es, es ist herzerwärmend, ist eine schöne Geschichte, vor allem, sie ist halt nicht perfekt. So ist halt nicht so irgendwie, oh ja, dann sind wir zu dem, zu der Burg gegangen und dann hab ich das gemacht, easy peasy. Sondern, so, du hattest Angst, du hattest Struggle. Du hast, ähm, du hast Sachen bewerkstelligen müssen dafür, damit, damit der Moment für sie schön ist. Das hat sie mir auch gesagt. Sie hat, sie hat gesagt, das war der perfekte Moment, ihre Aussage danach. Und das ist so cool, weil Makako mich daran erinnert hat mit dem Satz, ne, es gibt keinen perfekten Moment, du erschaffst ihn. Ich hab, daran musste ich denken, als ich da gesessen bin und auf dem Balkon war ich so, okay, das ist der Moment, den ich jetzt erschaffen werde. Let's go. Schön. Das ist eine sehr romantische Geschichte. Und vor allem, es ist auch menschlich. So, ich unterstreiche das nochmal. Ähm, du hattest den Struggle, du hattest die, 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 die zittrigen Knie. Ähm, das ist, wir glauben sehr oft irgendwie, wenn wir, wenn wir jemandem folgen zum Beispiel. Ähm, so jemanden, keine Ahnung, sehen, Social Media und so weiter. Ähm, dieser Typ ist larger than life. So, der, der, ähm, Andi hat keine Angst mehr oder so. So, oder Andi, Andi muss nicht daran erinnert werden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ja. So, das, wir sind alles Menschen. Und niemand, deswegen verlangen wir das ja auch nicht von dir, dass du, dass du hart und perfekt sein musst. Sondern sei gut zu dir. Alles, alles gut. Und der richtige Moment ist jetzt. Ja, ganz genau. Also, wie, wie, wie hältst du die Balance zwischen, sei gut zu dir und sei hart zu dir? Well, naja, zum einen, indem du verstehst, dass Härte nichts Schlimmes ist. Dass Härte sogar was Gutes für dich ist. Und dass, wenn du dir selber sagst oder wenn du dir Freunde oder einen Coach holst, der dir in den Hintern tritt und, äh, und dir sagt, jetzt, jetzt gilt es. Jetzt, jetzt gilt es zu handeln. Ähm, dann ist das gut für dich. Denn ansonsten bleibst du stehen und du bewegst dich nicht vom Fleck. Wie, wie kann das denn gut sein? Genügsamkeit. Nee, 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 das wissen wir alle. Du weißt es genau, du spürst es in deinen Knochen, wenn du, wenn du das hörst. Du weißt genau, dass das nicht gut ist. Wieder mal einfach nur nichts zu tun und zu warten und zu hoffen. Nee, mein Lieber. Nee, nee. Hier, heute hat, äh, hat einer der, der frischen Teilnehmer in, äh, bei, bei den Flirtspezialisten, hat mir, hat mir eine Frage gestellt. Hier habe ich sie ihm beantwortet. Und, und dann hat er gesagt, vielen Dank, allerdings weiß ich gerade noch nicht, äh, wie ich das mache. Ich bin gerade bei der Arbeit ziemlich entspannt. Wahrscheinlich meinte er, eingespannt. Äh, aber keine Sorge, da kommt noch was von mir. Also, er hat mir eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, ja, so, so machst du das. Und jetzt sagt er, keine Sorge, da kommt noch was von mir. Arbeit, dies, das. Und meine Antwort war, du willst, dass sich was ändert? Nein, mein Lieber. Dann zählt, da kommt noch was. Nicht mehr als Ausrede. Die Zeiten sind vorbei. Erstens, dann habe ich es ihm nochmal erklärt, mach das so und so. Zweitens, mach es. Resultate haben einen Preis, noch zahlst du ihn nicht. Und das verstehen viele nicht. Sie denken so, ja, ich habe mir doch jetzt das Coaching gekauft. Damit kommt doch schon der Erfolg. Nee, der kommt jetzt mit deiner Entscheidung. Und die Entscheidung ist, dass du loslegst mit dem Leitfaden. Nicht, dass du hoffst, dass der dir irgendwie magischerweise irgendwas bringt. No, du darfst jetzt loslegen. Und wenn du loslegst, dann kommen auch die Erfolge. Dann kommen die in Woche eins schon. Wenn die Leute dann auf einmal positiv auf dich reagieren und dich respektieren, weil du tatsächlich mal interessantere Dinge zu sagen hast, als einfach nur, ja, und dann irgendeinen Informationsgehalt dem anderen lieferst im Gespräch. Nein, das Ganze hat jetzt emotionalen Wert. Du kannst jetzt flirten. Du weißt jetzt, was Flirten ist. Und du kannst deinen Flirttypus wirklich so ausreizen, wie gerade dein Typ geboren wurde zu sein. Sei es introvertiert, schüchtern, wie auch immer. Weil jeder kann flirten. Du musst nur wissen, was passt zu mir. Und dann, wie flirtet man? Und dann kannst du dich selber finden. Flirten ist nicht nur labern. Flirten besteht auch ganz viel aus einfach nur deiner Präsenz, Augenkontakt. Kleine Mimiken, die du da reinbringst. Selbstbewusstsein lässt sich im Gesicht erkennen. Und das ist alles Flirt. Das bringen wir dir bei. Und dann ab Woche vier geht es richtig ab. Das ist dann die Woche, wo es richtig abgeht. Wo die Jungs dann auf einmal mit Fremden sogar reden. Und dann die ersten Fraueninteraktionen ihn für immer in Erinnerung bleiben. Und dann später kommen dann so Sachen, wie der Kevin erlebt hat, von dem ich dir vorhin erzählt habe, der dieses coole Sextreffen mit Dahlia ausgemacht hat. Die Frage ist halt so, willst du das, als du jemand, der das gerade hört? Oder bist du einfach nur verliebt in die Vorstellung, dass sich was ändern könnte? Und dann lässt du dich von deiner Vorstellung so dahin bringen, dass du dann auch in den Bereich kommst, wo du die Änderung starten kannst. Das heißt irgendwie zum Beispiel das Coaching beginnen. Oder eine weitere Form von, ein anderes Ziel verfolgen, was auch immer. Wie sehr lässt du dich davon vielleicht einlullen? Und bist dann eher, wie gesagt, verliebt in diesen Gedanken, anstatt es wirklich zu machen? Hast du zu viel Angst davor, das umzusetzen? Hast du zu viel Angst davor, dein altes Leben hinter dir zu lassen? Dann erinnere dich mal bitte daran, was in deinem alten Leben alles nicht so ist, wie du es haben möchtest. Und wenn du es nicht änderst, wird sich nichts ändern. Ja, das heißt, bleiben wir mal bei der Hypothese, du beginnst ein Coaching bei uns. So, du bist in der ersten Woche. Wenn du nicht uns, und wir sagen das sehr häufig, wenn die Männer sich dafür entscheiden, dann das Coaching zu starten. Am besten fragst du uns so viel, dass du von uns hörst, du nervst. Und das wird nie passieren. Richtig. Wir werden dir das nie sagen, weil du nicht genug Fragen kannst. Weil du nicht genug ... Also, ich habe zum Beispiel, wir müssen jetzt den Mindset-Call vor einigen Wochen schon, so seit vier Wochen, verschieben auf einen anderen Tag, weil ich selber auch in einem Coaching bin. Und da sind Menschen dabei, da sind berühmte Persönlichkeiten in der Social-Media-Szene und so weiter, in diesem Coaching dabei. Und ich habe mir gesagt so, ey, ich will die dümmste Person in diesem Raum sein. Das war mein Anspruch. Ich will die dümmsten Fragen stellen. Ich gehe hier nicht rein mit Stolz. Ich bin jede Sekunde in diesem Coaching. Ich stelle die dümmsten Fragen. Warum unterstreiche ich das so, die dümmsten Fragen? Weil es keine dummen Fragen gibt. Es gibt nur Fragen, die ... Wir stellen Fragen, um Klarheit zu erreichen, um noch mehr zu lernen. Es kann doch nicht sein, dass so viele Männer oder so viele Menschen einen Weg starten, ein Ziel vor Augen haben und dann nicht sich überwinden können, nicht ihr eigenes Ego überwinden können und meinen irgendwie, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Meinen, dass sie alles wissen oder dass sie diese Frage nicht stellen brauchen und so weiter. Also, wenn du zum Beispiel bei uns ins Coaching kommst, dann bitte nerv uns. Wir sind dafür da, dich ans Ziel zu bringen. Und je mehr du uns in Anführungszeichen nervst, desto schneller kommst du dahin und desto schneller und größer wirst du darüber hinausschießen. Wir haben genug Männer, die nach vier Wochen, nach drei Wochen unfassbare Resultate erreicht haben. Unfassbar. Das sind Männer, die innerhalb von einem Monat ihr Leben komplett verändert haben. Und das machen die Männer, weil sie den Willen mitbringen. Ja, weil sie die Entscheidung getroffen haben. Dein altes Leben, deine alten Entscheidungen, dein, genau, die Entscheidung getroffen. Deine alten Entscheidungen, dein Alter, dein altes Leben, die Entscheidung, die du in deinem alten Leben getroffen hast, haben dich zu dem Mann gemacht, der du heute bist. Bringst du den Willen mit, das zu ändern, dann wirst du alles erreichen. Es ist eine geile Analogie, was du gerade erzählt hast mit deinem Coaching, weil ich bin ja selber auch gerade in einem Coaching, was ebenfalls ein paar Tausender gekostet hat. Und dort habe ich vielleicht die genau umgekehrte Philosophie verfolgt. Ich habe nämlich dort noch gar keine Frage gestellt, bin aber zu jedem Call und ich sehe mir auch alle Aufzeichnungen nochmal an und mache mir Notizen, nehme das also sehr, sehr wichtig. Aber ich habe mir gesagt, weil das Ding ist, was mein Coach da auch gesagt hat, bei mir geht es gerade um was anderes, bei mir geht es gerade um Fitness. Und was er gesagt hat, war, die meisten Menschen, die wollen wissen, 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 die fragen mir Löcher in den Bauch und wollen wissen, mache ich das so, mache ich das so und nehme ich diese Nahrungsergänzungsmittel oder diese genaue Übung und dies und das und das. Und er hat gesagt, ihr habt alle den Verstand verloren, weil ihr wendet halt erst mal nichts an, ihr stellt zuerst Fragen und das Ganze läuft andersrum ab. Und klar, das weiß ich, erst mal machen, danach kannst du dann Fragen stellen. Das heißt ja, Nachdenken kommt von nach dem Denken und nicht vordenken. Das heißt, zuerst solltest du handeln, danach darfst du dann denken. Feilen und feiern. Zuerst mal machen wir, wir arbeiten daran, wir feilen es und dann feiern wir uns selber dafür, was für eine geile Sache wir gemacht haben. Immer wieder feilen und feiern, feilen und feiern, machen und verbessern, machen und verbessern. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich liefere jetzt erst mal Resultate. Ich mache, 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 mache und dann präsentiere ich die Resultate und dann werde ich meine Fragen stellen. Aber das ist meine Philosophie. Mach das. Das ist ja richtig. Ja. Das ist ja genau das Ding. Weil so viele Männer, die machen sich Probleme, die halt noch gar nicht da sind. Und halt, wie du gerade schon gesagt hast, die vordenken und denken nicht nach, nachdem sie die Dinge gemacht haben. Sondern sie machen sich, sie wollen jetzt schon, da haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen drüber geredet. Die machen sich, oder wollen die perfekte Lösung, den perfekten Satz für dieses Problem und jenes Problem, für das, wenn sie das sagt, will ich XY sagen. Das ist alles, das sind Fragen, die du nicht stellen brauchst. Das sind Fragen, wenn du sie stellen würdest bei uns im Coaching, würden wir dir auch genau das sagen. Mach erst mal, vielleicht hast du das Problem gar nicht. Du machst dir Probleme, die du noch nicht hast. So. Das heißt, mach erst mal. Aber das, also das geht halt, das geht absolut Hand in Hand. So, natürlich, ich stelle keine Fragen so von Dingen, die ich jetzt noch gar nicht gemacht habe, sondern ich mache. Und hier, das ist meine Frage dazu. Boom. Und das ist genau das, worum es... Da gibt es einen Typen in dem Coaching, wo ich bin, das ist so, ich lache mich immer kaputt, das ist so geil. Der hat immer die abstrusesten Fragen. Also der fragt zum Beispiel, hey, ich wollte dich fragen, also nicht mich, sondern den Coach, glaubst du an Geister? Und dann sagt der Coach auch so, was hat das denn bitte mit dem Thema zu tun? Was bringt dir das? Und dann entschuldigt er sich, ja, okay, okay. Und dann stellt er halt andere Fragen. Und dann beim nächsten Mal sagt dann immer der Coach schon so, hey, bitte Digga, stell mir keine Fragen über Ghouls und Geister und Demol. Also ich hoffe, du hast eine gute Frage. Und ich lache mich immer so kaputt, das ist so geil. Also es ist auch, macht auch Spaß. Das ist es ja, Coaching macht Spaß, Leute. Coaching macht Spaß. Wenn du erkannt hast, dass an dir zu arbeiten, was geil ist, was Spaß macht, dann willst du mehr davon haben, dann ist es wie eine Droge. Ich habe ja selber schon fünfstellig ausgegeben, nur für mich persönlich ein Coaching, ja, schon über 20.000 Euro in meine eigene Entwicklung gesteckt. Und es ist das geilste Investment aller Zeiten. Würde ich immer wieder machen. Ja, hat angefangen mit kleineren Beträgen, 300 Euro hier, 500 Euro da und dann mit größerem Coaching, 5000 Euro, 3000 Euro und dann teilweise das meiste waren dann mal 5000 im Monat. Es kommt, es kommt, es ist so geil, es ist so geil. Okay, anyway, so, geht jetzt nicht um mich und um das, wie geil das Coaching-Leben ist, sondern es geht ja um dich und wie du, der Mann wirst den anderen respektieren und da möchte ich noch einen zweiten Punkt mit reinbringen, abgesehen von, dass du zu dir selber und deinem Wort stehst, denn auch da übrigens das Wort Selbstvertrauen kommt von, dass du dir selber vertrauen kannst. Das heißt, wenn du etwas dir selber sagst und du dir ein Ziel setzt, selbst wenn es dein Unterbewusstsein als Ziel gesetzt hat, ich möchte besser bei Frauen sein, ich möchte nicht mehr in der Friendzone landen, ich will nicht mehr einsam sein, ich habe keinen Bock mehr alleine aufzuwachen, ich will der romantische Typ sein, aber ich will auch, dass das funktioniert, ohne dass ich dafür mich irgendwie verstellen brauche. So, dann hast du dieses Ziel, dann hast du dir selber ein Versprechen gegeben. Es ist so und wenn du dir dieses Versprechen, das du dir gegeben hast, nicht hältst, weil du nichts unternimmst und weil du immer weiter nur sagst, ja, ich hätte, ich sollte, aber ich kann nicht um Hilfe fragen und so weiter, dann sinkt dein Selbstvertrauen mehr und mehr und mehr und mehr und mehr stattdessen wollen wir, dass es steigt, höher und höher und höher und höher und wie du das hinkriegst, ist, indem du stetig, stetig etwas dafür tust, ja, nicht, dass du alles auf einmal schaffst, dass du von heute auf morgen eine Freundin hast, ja, das ist nicht das Ziel, ich sage es ja schon die ganze Zeit, ihr, ihr übernehmt euch bei dem Zeitstrahl, weil ihr glaubt, oh, ich muss jetzt sofort alle Ergebnisse gleichzeitig haben, nein, es ist ein Prozess, wie bei allem wirst du Stück für Stück besser, ja, so übernimm dich nicht, aus dem Grund ist unser Coaching auch drei Monate lang und nicht hier ein Wochenendkurs, da werden dir alle deine Probleme gelöst, no, ein Wochenendkurs kann vielleicht ein Kickstart sein, aber es wird nicht alle deine Probleme lösen und in diesem Drei-Monats-Programm, was wir haben, ja, 13 Wochen, naja, da haben wir die Zeit, da haben wir die Zeit, da haben wir die intensive Betreuung, dass auch was passiert, so, ähm, aber abgesehen davon, dass du dein eigenes Wort hältst, sodass du dir selber mehr vertrauen kannst und dadurch dein Selbstvertrauen sich, sich steigert, ist der zweite Punkt, dass du schnelle Entscheidungen treffen kannst, denn auch hier verkopfen die meisten viel zu sehr und sagen, ich muss das nochmal überlegen, ich muss x nochmal überlegen, ich weiß jetzt nicht, ob sie mich mag, ich weiß nicht, ob das ein guter Moment ist, weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, ihre Hand zu halten, sie zu küssen, um ihre Hand anzuhalten, all das Gezögere bringt dir nicht viel, das weißt du, hat dir in der Vergangenheit nicht viel gebracht und selbst, selbst wenn du jemand bist, der Dinge gut überlegt und dann danach eine Entscheidung trifft, würde es dir noch besser tun, wenn du schnellere Entscheidungen triffst, weil dann entwickelst du ein viel geileres, verbundenes Gefühl mit deinem Bauch, ein Bauchgefühl und du kannst deiner Intuition besser vertrauen und wenn du deiner Intuition vertrauen kannst, dann hast du noch mehr Selbstvertrauen, vertraust einem Teil von dir mehr und dadurch wird diese, es hört sich so an, als wäre da ein Geist in deinem Bauch, aber du vertraust dir selber mehr, diese Verbindung wird stärker und dadurch kannst du in den richtigen Momenten auch einfach agiler sein, handeln und das tun, wovon du weißt, dass das richtig ist, ihre Hand nehmen, ihr etwas Schmutziges ins Ohr flüstern, was auch immer es ist und diese Dinge, die musst du Stück für Stück bewerkstelligen, schnelle Entscheidungen treffen, aber nicht sofort alles auf einmal verlangen wollen. Vertraue auf den Prozess, darum sagen wir das so oft, vertraue darauf, dass du es verdient hast und jetzt musstest du die nur noch verdienen, also daran arbeiten, aber ich meine, das Potenzial ist da, ja, sonst wärst du nicht hier, sonst würdest du dir gerade irgendein weiteres TikTok-Video anschauen und dich berieseln lassen, aber du bist hier, du schaust dir dieses Langformat an, weil du echt an dir arbeiten willst, du hörst dir das Langformat an. Aber Andi, sag mal, sag mal, du hast gerade gesagt, da ist so wie so ein Geist im Bauch, glaubst du an Geister dann? Ja, also Ghouls, Geister, Dämonen, das sind alles die richtigen Fragen. Ja. Ja, ich musste auch gerade dran denken, witzig, wie das dann auch aus mir rauskam, das Wort. Selbstvertrauen ist, ist so, so stark. Wir glauben oft, dass wir, dass wir anderen nicht vertrauen können. Wir glauben oft irgendwie so, ja, jemand hat mein Vertrauen missbraucht und so weiter und das oder generell, wenn du, wenn du skeptischer, ein skeptischer Mensch bist. Das ist dann auch, so, wir wissen, wir wissen, dass wenn wir, wenn wir einen skeptischen Menschen um uns herum haben, der, das ist auch so ein Ja-Aber-Mensch. Wir erzählen ihm irgendwie was, was, was toll ist, was passiert ist oder sowas und er sucht dann direkt so das, wie sagt man so, das Haar in der Suppe. Und das ist dann auch etwas, was halt nicht so, nicht so freudegebend ist und das ist dann ein Mensch, den wir entweder respektieren, weil er uns so sehr an unseren kritischen Vater erinnert und dann ist es kein wirklich Respekt, sondern das ist eher, ja, eine Form von, von Co- Co-Abhängigkeit. Aber auf der anderen Seite bist du halt dann nicht jemand, den wir respektieren oder den, den Menschen respektieren, weil du so skeptisch bist. Weil, warum? Wenn du skeptisch bist, weil irgendwie, weil andere irgendwas erreicht haben und das ist so außerhalb deiner Vorstellungskraft oder, oder, oder und du bist generell einfach, ja, skeptisch und nicht offen. Dann bist du, dann hast du entsprechend kein, oder bist, hast eine schwere Zeit, jemand anderem zu vertrauen. Und wir können nicht jemand anderem vertrauen oder wir können nicht jemand anderem misstrauen, ohne dabei gleichzeitig zu sagen, dass wir uns selber nicht vertrauen. Das fängt, das fängt bei uns an. Weil, wenn jemand zum Beispiel dein Vertrauen mal missbraucht hat oder so, dann sagst du darüber, oh, ich war zu, von mir aus, naiv genug und hab ihm mein, oder dieser Person mein Herz geschenkt und dann hat diese Person mein Vertrauen missbraucht und das Herz mit Füßen getreten und so weiter. und damit nimmst du dir sämtliche Verantwortung, sämtliche Macht über dein Leben. Es gibt den alten Satz, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Wem du die Schuld darüber gibst, dass du verletzt wurdest, dem gibst du die Macht über dein Leben. Und mal das ausgeklammert, jemandem die Schuld geben ist eine, eine, eine Methode, die je nach, je nach Situation und je nach, von mir aus auch Trauma, eine wichtige, eine wichtige Übung darstellen kann. Wir müssen oftmals in, oder in verschiedenen Situationen, so wenn, ein Verhaltigungsopfer zum Beispiel, darf ruhig die Schuld dem Typen geben, der sich verletzt hat. So, das ist absolut richtig, um, wir müssen diese Wut, Wut spüren in solchen Momenten, um die Heilung zu starten. Aber, und das ist aber nicht das, was ich meine, also wenn wir wieder über das Level sprechen von Menschen, die jammern, das ist dann das Level, über, über das ich hier gerade spreche. Wenn wir, wenn wir jemand anderem nicht vertrauen können, dann sagen wir uns selber, ich vertraue mir selbst nicht. Ich vertraue mir selbst nicht, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Ich vertraue mir selbst nicht, selbst nicht, dass ich das Programm durchziehe oder sowas. Und, das fängt alles bei deinem Selbstvertrauen an. Wenn du, wenn du jemand anderem nicht vertrauen kannst, dann sagst du über dich selber aus, dass du dir selber nicht vertrauen kannst, weil du dir vielleicht mal vor zwei Jahren gesagt hast, oh, ich bin so fett geworden, ich gehe mal jeden Morgen joggen. Und dann hast du, dann war am nächsten Morgen vier Uhr, du wolltest aufstehen, der Wecker hat geklingelt und du hast dich umgedreht. Und das hast du die nächsten zwei Wochen gemacht, bis du vergessen hast, dass du eigentlich am nächsten Morgen joggen wolltest. Bis es dir ein Jahr später wieder aufgefallen ist und dann war es noch schwerer, das zu tun. Das heißt, du hast dir selber Versprechen gegeben, die du nicht eingehalten hast. Sprich, du kannst dir selber nicht mehr vertrauen. Und, weil du dir selber nicht vertrauen kannst, deinen eigenen Entscheidungen nicht vertrauen kannst, denkst du, dass du auch andere nicht vertrauen kannst. Dass andere irgendwas im Schilde führen und so weiter. Du kannst deinen eigenen Sinnen nicht mehr vertrauen. Und wie soll dich dann jemand respektieren? Wie soll, wie soll irgendjemand jemanden respektieren, der sich selber nicht genug respektiert, um sich selber zu führen? Der seine eigene Fähigkeit nutzt, seine Entscheidungsgewalt merkt, nutzt, sein Potenzial sieht, nutzt und der das Ganze mit Unabhängigkeit macht, weil er von keinem Resultat abhängig ist. Wir respektieren nur die Menschen, die alle diese Dinge tun, die diese Entscheidungen treffen können, schnell treffen können im besten Fall, zu sich selber einstehen und nicht vom Resultat abhängig sind, weil wir fallen halt hin. Das ist einer der Gründe, warum ich Skateboarden so liebe und warum ich auf jeden Fall mein Kind mit zum Skatepark gerne nehmen werde, weil Skaten ist eine der, es gibt noch mehrere dieser Kulturen, ich kenne es einfach nur aus meiner Kindheit und deswegen werde ich das so machen, aber Skaten ist eine dieser megacoolen Kulturen, in denen es völlig normal ist, hinzufallen. Nicht nur ist es normal, es ist normal zu sehen, wie andere hinfallen. Das heißt, du wirst wahrgenommen, wie du hinfällst und du siehst andere, wie sie hinfallen und zwar in jedem verschiedenen Level deiner Fähigkeiten. Da sind Experten, die hinfallen, da sind Anfänger, die hinfallen und jeder sieht das und deswegen gibt es da keine Geheimnisse, es gibt da keine Scham, niemand wird dafür fertig gemacht, dass er hingefallen ist, ausgelacht, nichts davon, weil da müsstest du selber über dich lachen, weil du selber zwei Minuten später hinfällst. Das ist das eine. Das nächste ist das Leute um Hilfe fragen. Du siehst, da ist jemand, der ist besser als du, der ist jünger als du, du fragst den um Hilfe, du sagst, hey, wie hast du den Trick gemacht, das ist saukool, wie hast du den gestanden, ich würde den auch gerne können und die Leute helfen dir. Nach Hilfe fragen und Hilfe bekommen, riesengroß. Und das letzte ist natürlich, dass eigentlich, was das auf der Hand liegt, dass du lernst, mit dem Hinfallen zurechtzukommen, dass du lernst, wieder aufzustehen und das ist einfach ein normaler, Teil des Wachstums ist. Hinfallen. Schmerzen. Schmerzen sind ein normaler Teil des Wachstums. Blutige Hände, blutige Knie sind ein normaler Teil des Wachstums. Und so wirst du besser und besser und besser. Und das ist einfach so eine coole Community. Das sind so viele tolle Lebensweiseheiten, die wenn du als junger, heranwachsender Mensch schon lernst, ja, dann gibt dir das schon extrem viel an dieser Rezeptur für deinen Charakter, welcher in deinem späteren Leben zu Erfolg führen wird. So, aber ich meine, dass nicht jeder hatte dieses Geschenk, in so einer Kultur aufgewachsen worden zu sein. Ich habe das ja auch erst mit zwölf oder sowas entdeckt, war aber total grottenschlecht, habe das dann erst mit sechzehn weitergemacht, war immer noch grottenschlecht und habe es dann irgendwann aufgehört und habe, ich glaube, darüber habe ich auch ein bisschen berichtet, und habe dann erst mit 32 wieder angefangen und war komplett geschockt, wie ich schnellere Erfolge gemacht habe mit 32 und ich habe 16 Jahre meines Lebens vergeudet, weil ich gedacht habe, na, ich habe nicht so das Talent für Skaten, war Quatsch. Ja, aber Andi, 32 ist doch viel zu spät, um noch was zu beginnen, vor allem mit dem Skaten, das ist doch was für die Kids. Ja, genau. Richtig. Ja, ja, genau. Lernen, lernen ist uncool. Sich zu verbessern ist uncool. Natürlich nicht. Ja. Jungs, Männer, emotionalen Unabhängigkeit, Entscheidungen schnell treffen, zu seinen Entscheidungen stehen und sie auch durchziehen, wenn du respektiert werden willst, dann solltest du das können. Es gibt dafür Menschen, die kannst du dir abschauen, gut wäre es, wenn du dir abschaust, dass auch diese Menschen zeigen, wie sie selber versagt haben, wie sie selber Fehler gemacht haben, weil dann kannst du ihnen selber auch besser vertrauen, weil du merkst, hey, der ist ehrlich mit dem Hinfallen, dann kann auch ich ehrlich sein mit meinem Hinfallen und dadurch kannst du dich selber besser öffnen. Grundsätzlich gibt es diese Menschen überall auf der Welt, es gibt tolle Frauen, denen du dich öffnen kannst. Ich habe gestern einen schönen Artikel gelesen, da hat ein Mann erzählt, wie er sich geöffnet hat vor einer Frau, und danach hat sie ein paar Wochen später, als wenn die ihm Schluss gemacht und er war am Boden zerstört und hat gesagt, ich kann Frauen nicht mehr vertrauen, also wir lernen mal wieder, dass wir uns nicht öffnen dürfen bei Frauen und natürlich ist das Quatsch und darunter waren so viele wunderschöne Kommentare, die alle dasselbe gesagt haben, die haben gesagt, es tut mir sehr leid, dass du das erfahren hast, so, damit haben wir einen Satz des Mitgefühls, einen Satz des Mitleids und jetzt reicht es auch, danach kam das gute Feedback. Dann hat er gesagt, ich erzähle meiner Freundin immer, wenn irgendwie was passiert ist und meine Freundin macht dasselbe bei mir. Ich höre ihr zu und sie hört mir zu und es hat unsere Bindung nur noch stärker gemacht. Ich würde sagen, dass das Problem nicht Frauen ist, sondern dass du einfach einen schlechten Partner gefunden hast und jetzt hast du diesen Partner zum Glück nicht mehr und kannst nach besseren Ausschau halten. So, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Egal, welche schlimmen Erfahrungen du mit Frauen gemacht hast, es gibt tolle, wunderschöne, tolle, ganz besondere Frauen da draußen, genauso wie es ganz besondere Männer gibt und wenn du ein ganz besonderer Mann bist, dann hast du auch die Möglichkeit, diese Frau zu finden und wenn du noch nicht ein ganz besonderer Mann bist, dann kannst du dieser Mann werden. Es ist noch kein Held vom Himmel gefallen. Wir finden das, was uns antreibt, was vielleicht unsere große, in Anführungsstrichen, Bürde ist und wir tragen sie, bringen sie ans Ziel und so werden wir der Held. So wirst du der Held, indem du deine Bürde erkennst als deine Beauftragung, als deine Mission, besser zu werden, ein Vorbild zu werden, damit andere dann zu dir heraufschauen und sagen, wie hast du das gepackt, Mann? So wie viele Männer bei uns im Coaching mittlerweile von ihren Freunden gefragt werden nach Dating-Tipps, nach Flirt-Tipps. So, hey, wie schaffst du das? Wie kannst du einfach so auf diese Frau zugehen? Wow, wie hast du das geschafft, dass sie jetzt Nummern getauscht hat? Und dann geben diese Männer jetzt ihren Freunden Tipps und Ratschläge. Ich meine, das kannst du nur schaffen, wenn du deinem Dämon, deinem Geist, deinem Ghoul in die Augen geblickt hast und gesagt hast, ich werde dich jetzt bezwingen. Und diese Fähigkeit hast du, diese Kraft steckt schon längst in dir, diese Entscheidung musst du nur noch treffen und durchziehen. Wenn du willst, dass wir dir dabei helfen, dann geh auf www.flirtanalyse.de und wir helfen dir dabei erstmal herauszufinden, was denn dein Flirt-Typ ist und was dein Charisma-Potenzial ist und dann wirst du sehr schnell herausfinden, zu was du alles fähig bist, wo du jetzt schon alles bei Frauen punktest, wo du es vielleicht noch gar nicht weißt, dass du bei Frauen punktest und wo du natürlich auch ganz krasse Fehler machst, die wir abstellen sollten. Und mit diesem Leitfaden gehen wir dann für die nächsten Wochen vorwärts und es wird sich ganz viel bei dir tun. Also mein Lieber, www.flirtanalyse.de Wir schließen ab mit den Worten Dominik. Fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig.